Your turn to ban Halli, hallo, Hallöchen I'm the Supreme? Warte, den hatte ich doch gerade eben erst Und war der Slark Select a hero, please Your pick Ten seconds to pick Ten seconds to pick Your turn to pick Ten seconds to pick Ten seconds remain Select a hero, please Schauen wir doch mal, dass das nicht schief geht Your turn to pick Schauen wir doch mal, dass das nicht schief geht Merblade Medusa Medusa Ok, Medusa Mh Mh Juuuuge Mh 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 Oh, wasser? Without a doubt. Absolutely. Yes. Hm. Namada. Oh. Hm. Kann mal gehen. If they want war. Then we shall serve them. Chop fight makes me out. Okay. Oh, shit. Es war nicht gut, was da passiert ist. Yes. Darkness comes. Hi. Ja. Hm. Jetzt halte CJ Wiese am Leben bleiben. Take the field! Ah. Cool. Hm. Hm. Das könnte doof werden. Das könnte doof werden. Okay, kein Fall, der mir hinterher kommt. Gut. Oh. Das sollte eigentlich... na komm 25% Chance ja nee 150 das reicht für reicht wie immer für alles da dauert halt ne das ist schon Level 4 4 kleine Wichte die kein Damage machen und greif mich an Static Link Medusa ja 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 Das ist nämlich natürlich Hör, 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 hör. Wenn du zu sagen, hast du nicht gesagt. Ja, hör. Ja, hör. Ich glaube nicht, ja. Jetzt treffe ich im Moment für irgendwas. Jetzt kann ich endlich das Kämpfen heute machen, weil ich als zweites angegangen bin. Ich kann halt nicht viel machen. So, wieso bin ich denn jetzt? Ah, shit. Haste! Draw! Engaging! Take the field! Yield! Mehr kann ich nicht machen, sonst sauge ich zu viel XP daraus. Ich würde den Ring benutzen sollen. 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 Ich würde das nicht aufschlösen堂. Ich würde den Ring benutzen sollen. Ich würde den Ring benutzen. Schauen. Ich will noch Damage für irgendwas. Ich will nicht meinen ersten Duell schauen, aber... Oh verdammt, ich muss noch mal an meiner... What the heck? Ah, hey! Ach... Ah, ich... Ach, fuck! Da sind wir eigentlich hier mit so vielen... Können wir hier irgendwen überraschen? Ja... Ach... Ach... Ach, okay... Ach, okay... Ach, okay... Ach, okay... Komm schon, Mann! Ach, okay... Ach, okay... Wow... Wow... Ich kann ja nicht mal ein... Fokussen... Ich kann nichts machen... Schon wieder nicht... Schon wieder nicht... Von wegen Easy Kills... Ja... Ja, tue ich doch... Das ist halt nur grad echt bisschen Shit... Ja... 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 Discord habe ich... Und TeamSpeak habe ich auch... So grundsätzlich... So grundsätzlich... Mann... Ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht, wer hier den Support macht... Ich weiß ja nicht, wer hier den Support macht... Der denn da? Bristle... Ach so, der... Cuttet die Wave, okay... Nee... Bist du noch nicht... Ein bisschen ... Ihr wollt mich selbst... Naja... Wauwnein... Ne... Wauwnein... Wauwnein... Ja... Ähhhhhh. Was hat der Blödsinn denn jetzt hier wieder? всё. Immediatly. Tropar under siege. On it. Tropar is under attack. Hap. Was kommt davon, wenn man nicht... Okay. Das war nicht schlecht. Bin ich mal in der Nähe gewesen da, hm? Ich kann es machen. Hm. Komm schon, jetzt müssen wir mal... Ja. Ja. Lass das probieren. Ach so. Oh. Ah. Okay, ja. Okay. Ja, dann... Komm ich gleich mal vorbei. Im Moment läuft das auch überhaupt nicht. Warum gehen wir auch eigentlich immer auf Void? Razer unerwartet zu treffen ist viel einfacher. Ähm. So, Nassans Raid King Bringt mir auch nichts Der ist auch Level 14 Ach, Scheiße, Mann Alter Thanks for the healing Ich lauf rein, sterb fast und dann Schöne Scheiße Endlich mal ein Duell Weil ich alleine gewonnen habe Junge, Junge Eine Ahnung Je nachdem wie das Spiel noch läuft Oh, ich zwinge den Blink-Dagger Das ist doch echt Blödsinn Scheiße, Radiance Kriegen wir die überhaupt? Nein, kriegen wir nicht Kriegen gar nichts hin Oh Okay Das macht also genug Damage Ja Ja Da Bounce der Scheiß rum Kommt davon, wenn man nicht drauf wartet Bis The Legion drin ist Aber hey Who cares Who cares Who cares Ist ja egal Ja Ja, ich weiß nicht, so Keine Ahnung Keine Ahnung Viertelstunde Eventuell Je nachdem Um Irgendworte Demons Will heute Level 22 komm schon okay oh shit man huh yes yes weiss nicht ob ich weiter pushen soll das ist einfach so hmm alles klar huhuhuhu erstmal alles angeschmissen mit den dicken Fingern überall drauf gekommen wunderbar aber ich komm weg das ist doch schon mal das ist doch schon längst wieder drin hä Moment da müsste der ja Boots of Travel haben ich muss einigermaßen halten das ist doch schon komm schon hm jonge jonge je mehr Duellschaden desto besser aber ja jonge 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 das hilft doch nichts je ja jongej m jongej jongej colors Soft Travel, was war denn das jetzt? Komm schon, Mann. Okay, ja. Anfangen. Komm schon, Mann. So viel brauchst du doch gar nicht mehr. Ich nehme an, ich muss aufpassen. Vermutlich ja. Okay, Razer. Wraith King. Ne, der ist Level 22, das will ich noch nicht machen. Da. Ja. Ja. Oh, oh. Okay. Wo hat er mich nochmal gestattet? Oh, Necro. Einfach downgerannt. Oh, shit, man. Problem. Ich hab noch genug Zeit. Wie lange dauert sein Ghost Shard? Dauer, vier Sekunden. I know I will wait for it. So, das könnte fast noch funktionieren. Shit. Ich weiß, Mann. Shit. Woa. Oh, shit, Mann. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Alle durch die Mitte. Fuck. Und das war ein Dieback. Oh, shit. Your middle barracks are taking enemy fire. Your middle barracks is falling. They will burn! Your middle barracks. Just look at how not there anymore are you. See you. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin bei dir. Ich bin dein Locken. Ich bin der. Oh, ich bin der. Ich bin der. Okay, keine Krono und ich habe mehr Duellschaden, auch wenn ich wieder gestorben bin. Was habt ihr, Medusa? War das nicht mit der Schlange, die die kurz zu Steinen gefrieren lässt, ne? War doch das. Wie gesagt, einiges zugefügt. Das Schlimmste war aber der Stun. Weil ich hatte ja noch genug Heal, eigentlich. Bei meinen Konterschlägen. No, Wraith King Hunter Battlefield, ja. Er klärt seine Items. Dang. Wenn ich gegen Nekro angehen könnte. Ja. Shit, man. Hm. Oh, das Wort. Oh, was ist das? Was? Das ist so ärgerlich. Wo ist die denn hin? Zählen die Gebäude auch? Das sieht auf jeden Fall danach aus, also würden sie auch zählen. Ein Okterinkor. Ah, das ist wahrscheinlich besser als ein Hart. Ah, das ist ja im Kontakt. Das ist echt gut. Das ist gleiche. Ich kann man Dennis Haft. Und das hat nicht geholfen. Oh, das ist günstig. Ah,нения, das hat sich geschlossen. Oh, I'm just coming back. Ah, I guess he had a ball back, okay. Okay man, das wird wieder heavy. Oh. Hmm. Hmm. Okay. Hmm, Silver Edge. Ah. Ich muss besser aufpassen. 500 reicht aber locker für meinen kläglichen Mana Bedarf. Right King. Hmm. Dang it. Hmm. Ich hab ein Buyback ready. You can't place it in there. You can't place your death ward in the chrono. Oh. 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 Okay. Yes. Oh. 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 Dang it. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ich steig sieben Level auf. Oh. 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 immer noch kommt schon leute es sind doch die 700 bald mal aufgebraucht oder nicht okay jetzt entweder ist da hinten gerade ein schießerein oder feuerwerk ich habe elf kills junge das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht 71 und jetzt bin ich eigentlich noch keine ahnung das ändert sich dann gut dann gucke ich erst einmal im tss und dann so ein shit auch wäre ich nicht so doof gewesen hätte ich den direkt direkt abmoksen können aber nein ich muss ja auch erst mal vor dem mit einem blöden super weglaufen denkt denkt